Warum schillern Seifenblasen? Wieso sehen wir auf Bildern manchmal aus wie Vampire? Und was genau ist eigentlich Strom? Zusammen mit unserem Zeitungsmonster Kuschel sucht Teresa in diesem Kinder-Podcast nach Antworten. Monster schlau und endlich verständlich bekommst du die Welt erklärt. Guten Morgen an diesem ersten Sonntag im Februar. Ich hoffe, du bist auch ausgeschlafen und freust dich genauso wie ich auf diese Folge. Schön, dass du mit dabei bist. In diesem Jahr erwarten ja viele Sportereignisse auf uns. Welche genau, das erzähle ich dir gleich. Außerdem Verkehrsregeln im Weltall. Klingt komisch, oder? Aber tatsächlich ist im All im Moment jede Menge los und es wird immer voller. Auch das ist ein Thema. Und zu guter Letzt erkläre ich dir, wie eigentlich das kleine gelbe Maiskorn zu leckerem und fluffigen Popcorn. Viel Spaß! In diesem Jahr in 2024 gibt es ganz viele tolle Sportereignisse, die du nicht verpassen solltest. Bist du zum Beispiel ein Fußballfan? Dann wirst du sicher die Fußball-Europameisterschaft der Männer lieben. Sie findet im Juni bis Juli in Deutschland statt. Unsere Nationalmannschaft wird gegen Teams wie Schottland, Ungarn und die Schweiz spielen. Die Spiele, die finden auch in ganz vielen verschiedenen Städten bei uns in Deutschland statt. Wie in Düsseldorf, Köln, Leipzig, Hamburg, Frankfurt und auch in München. Das Maskottchen der EM ist dieses Mal ein Bär namens Albert. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Im Sommer, da gibt es auch die Olympischen Sommerspiele in Paris, bei denen die besten Athleten aus der ganzen Welt in vielen verschiedenen Sportarten antreten. Und pass auf, sogar im neuen Tanzsport Breakdance. Und seit Januar gibt es ja schon aufregende Wintersportwettbewerbe, wie Biathlon, es gibt Eiskunstlauf, Bobfahren und Skifliegen in den Weltmeisterschaften. Und vergiss nicht die spannenden Ereignisse wie den Super Bowl im American Football, die Tour de France im Radsport und die Grand Slam Turniere im Tennis. Es wird also ein wirklich aufregendes Sportjahr. Das Autoguhupe, was man da gerade hört, das kennt man ja eigentlich nur von unseren Straßen, oder? Aber im Weltraum, da ist tatsächlich viel los und es wird immer voller. Gerade jetzt fliegen über 8000 Satelliten um die Erde herum. Aber hier liegt das Problem. Denn je mehr Dinge da oben sind, desto größer ist die Gefahr von Unfällen. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA, die denkt deshalb darüber nach, Verkehrsregeln für das Weltall einzuführen. Ähnlich wie das bei uns im Straßenverkehr ist. Sie sagen, dass wir so etwas wie Verkehrsregeln im Weltraum brauchen, die für alle Länder gelten, die Satelliten und andere Dinge ins All schicken. Diese Regeln, die würden zum Beispiel festlegen, wie sich Raumfahrzeuge in verschiedenen Situationen verhalten sollen. Zum Beispiel, wenn sie einander begegnen. Es ist so, als ob wir Richtlinien für den Weltraumverkehr haben, um Unfälle zu verhindern. Im Kino oder auf dem Weihnachtsmarkt mit Popcorn in der Hand macht alles viel, viel mehr Spaß, oder? Popcorn schmeckt lecker, egal ob süß oder salzig. Ich tatsächlich mag lieber das süße Popcorn. Aber wie wird denn überhaupt aus diesen kleinen gelben Maiskörnern das knusprige Popcorn? Also, zuerst musst du die Maiskörner auf 180 bis 200 Grad erhitzen. Das kannst du am besten in einer Popcornmaschine, der Mikrowelle oder in einer Pfanne mit Butter oder Öl machen. Du musst einen Deckel drauflegen, damit das Popcorn nicht herumspringt. Und dann, dann passiert etwas Interessantes. Jedes Maiskorn hat eine Hülle und enthält Stärke und Wasser. Und wenn du das Korn erhitzt, dann verwandelt sich das Wasser im Inneren in Wasserdampf. Aber in einem kleinen Korn gibt es nicht genug Platz für den Dampf, deshalb wird der Druck in der Hülle zu hoch. Naja, dann platzt die Hülle ganz schnell auf, das Korn springt hoch und macht einen Salto und dabei knallt es. Und wenn die Hülle aufplatzt, dann dehnt sich die Stärke aus und es bilden sich diese fluffigen Popcornflocken. Kein Wunder also, dass Pop im Englischen platzen bedeutet und Korn Mais. Und wenn du genau hinschaust, wirst du sehen, dass jedes Popcorn anders aussieht. Übrigens, wenn die Hülle schon vorher ein Riss hat, dann kann das Korn nicht aufpoppen, weil der Wasserdampf langsam entweichen kann. Cool, oder? Und jetzt kommt die Frage der Woche. Hallo, ich bin Mats und bin neun Jahre alt und ich habe mich gefragt, aus was besteht Wasser? Wasser besteht aus ganz kleinen Teilchen. Die sind so klein, dass wir sie nicht mal sehen können. Ja, und diese Teilchen, aus denen Wasser besteht, werden in der Chemie H2O genannt. Aber was bedeutet das? Pass auf, das H steht für Wasserstoff und das O für Sauerstoff. Ein Wassermolekül besteht also aus zwei Wasserteilchen und einem Sauerstoffteilchen. Die Verbindung von diesem Wasserstoff und Sauerstoffteilchen nennt man dann Molekül. Und in einem kleinen Wassertropfen sind bereits sehr, sehr viele dieser Moleküle enthalten. Die Moleküle haben aber noch eine andere besondere Eigenschaft, die sehr selten ist. Licht kann nämlich durch sie hindurch scheinen. Daher ist Wasser auch durchsichtig. Das kommt daher, dass die Wassermoleküle und auch die Lichtstrahlen ständig in Bewegung sind und hin und her schwingen. So passen die beiden perfekt zusammen und das Licht kann an den Wassermolekülen vorbeigelangen. Und Wasser gibt es übrigens ja auch in ganz verschiedenen Formen. Wenn wir normale Temperaturen haben, ist Wasser flüssig, sodass du es zum Beispiel trinken kannst. Wenn es aber unter 0 Grad Celsius sind, dann wird das Wasser fest. Es wird eben zu Eis. Dann kannst du im Winter beobachten, wenn eine Pfütze zum Beispiel gefriert. Oder wenn du Wasser in die Kühltruhe legst und so Eiswüffel entstehen. Wasser kann tatsächlich aber auch gasförmig werden, wenn es über 100 Grad heiß wird. Das kannst du beobachten, wenn Wasser in einem Kochtopf auf dem Herd erhitzt wird. Es entsteht dann ein heißer Dampf, der nach oben steigt. Und damit sind wir auch schon wieder am Schluss für diese Folge. Nächste Woche, da geht es unter anderem um Schlafen. Aber nicht um unseren Schlaf, sondern den von Zügelpinguin. Die machen nämlich unglaubliche 10.000 Nickerchen am Tag. Was ein Team von Forschenden dazu rausgefunden hat, das hörst du nächste Woche. Hab noch einen tollen Sonntag. Tschüss!